Wie du sofort mit diesen drei Outfit-Tipps in deinem neuen Kleid noch schlanker und schöner aussiehst, verrate ich dir gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du dieses Kleid bis zu 87% günstiger erhalten kannst. Und nun zu den versprochenen drei Outfit-Tipps. Denn diese verrate ich dir, wenn du jetzt hier oder unterhalb vom Video auf den Link klickst. Denn da gelangst du zu dem Outfit mit all den Tipps und Tricks und den krassen Sales. Klicken. Und bei dem Video findest du den Link, da kannst du klicken und da gelangst du zu dem Komplett-Outfit mit den schönen Tricks und den Sales. Okay, letzte Chance. Wenn du jetzt klickst, verspreche ich dir, dass du zusätzlich zu den Outfit-Tipps noch eine spannende Überraschung von mir bekommst. Bis zum nächsten Mal.